Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich solche Kabelschuhe hier auf ein Kabel bzw. auf eine Leitung darauf gründen kannst, dass hier auch wirklich eine ordentliche Verbindung herrscht. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Wie bei Ader & Hülsen auch, haben Kabelschuhe verschiedene Farben. Diese Farben entsprechen einfach einem bestimmten Leiterquerschnitt von deiner Leitung und dadurch kannst du einfach erkennen, welchen Kabelschuh du jetzt verwenden möchtest. Hierfür blende ich dir einfach mal diese Tabelle ein und dadurch kannst du relativ gut erkennen, welche Farbe bzw. welchen Kabelschuh du benötigst. Auch solltest du wissen, dass man zwischen einem unisolierten und einem isolierten Kabelschuh unterscheidet. Das Ganze bedeutet einfach, hier vorne an der Spitze ist das Ganze jetzt also unisoliert, also es ist keine Isolierung drauf und hier vorne haben wir eine Isolierung. Zum Grimpen benötigst du hier eine spezielle Grimmzange, diese hat meistens eine Ratschenfunktion, bedeutet du kannst das Ganze jetzt zum Beispiel noch nicht aufmachen. Erst wenn der Kabelschuh hier vorne richtig zusammengekrimmt worden ist, dann öffnet sich diese Grimmzange auch wieder. Außerdem haben wir hier vorne dann noch die Öffnungen, wo unsere Kabelschuhe reinkommen. Hier siehst du auch nochmal die drei verschiedenen Farbpunkte, bedeutet einfach, wenn du hier einen roten Kabelschuh krimpen möchtest, dann gibst du diesen natürlich hier vorne in das rote Fach rein. Und darüber stehen auch noch einmal die Leiterquerschnitte, für die das Ganze hier gedacht ist. Doch genug zur Theorie, jetzt müssen wir erst einmal unsere entsprechende Leitung abisolieren. Hierfür am besten eine spezielle Abisolierzange nehmen, mit der kannst du nämlich keine Adern verletzen. Und dann stelle ich das Ganze hier oben einmal auf 6 mm ein. Das sollte normalerweise auch reichen. Gebe also einfach meine Leitung hier rein, drücke das Ganze und schon ist meine Leitung abisoliert. Ich verwende hier jetzt bewusst einen starren Draht bzw. einen starren Leiter, da das Ganze zum Zeigen leichter ist. Natürlich kannst du jede mögliche Art von Leitung hier nehmen und vom Prinzip her ist es immer dasselbe. Ich gebe jetzt also meinen Kabelschuh einmal auf meinen kleinen Leiter hier drauf. Wichtig, dass wenn ich das Ganze drauf schiebe, dass hier vorne kein Draht drauf schaut, so wie es bei mir jetzt der Fall ist. Nun haben wir hier auf der Seite von der Isolierung noch eine kleine Wulst und diese muss unbedingt auf der Seite von hier, von diesem Farbpunkt eingelegt werden. Hat einfach den Sinn, dass hier nochmal so eine kleine Vertiefung, eine kleine Kerbe drin ist und dadurch das Ganze einfach perfekt gekrimmt wird. Das Ganze sitzt hier vorne jetzt also bündig, dann drücke ich einmal die Zange zu und jetzt halt die Zange komplett zudrücken, bis diese wieder aufgeht. Und somit haben wir das vorne auch schon schön gekrimmt. Wenn es bei dir so ungefähr ausschaut und du das Ganze nicht mehr runterziehen kannst, dann hast du alles richtig gemacht. Ab und zu hast du übrigens auch noch hier zwei Punkte, das kommt auf deine Krimzange drauf an. Und wenn diese zwei Punkte zu sehen sind, dann weißt du einfach, dass die Qualität von dieser Verbindung stimmt. Somit haben wir auch schon eine saubere Verbindung zwischen unserem Leiter und unserem Kabelschuh hergestellt. Und das Ganze hält natürlich auch bombenfest. Ich kann so eine automatische Abisolierzange jedem Heimwerker nur ans Herz legen. Egal ob bei Kabelschuhen oder bei normalen Stromleitungen bei dir zu Hause. Mit dieser hier wirst du keine Ader verletzen und das Ganze geht natürlich um einiges schneller als wie zum Beispiel mit einem Cuttermesser. Wenn du dir jetzt so eine automatische Abisolierzange, eine Krimzange oder auch so ein Kabelschuhset zulegen möchtest, dann empfehle ich dir hier für Amazon. Hier hast du eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst dich extra in ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also diese Untersiel hinzulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zur Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken.